Also es war schön, wenn sie bereit drücken, dass ich mich wenigstens in die Arme des Geistes begeben kann. Warte, warte, warte. Danke. Pialo ist auch cool. Da. Da sind die Socken. Warte, 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 warte. Echt? Wieso? Ja, hab ich gerade noch geschafft. Alter, ihr zieht euch hier alle um und ich renne einfach immer noch in Schlüppi. Oh, ich bleib so. Das ist ja gewollt. Ja, natürlich. Und ich nenne sie alles weg und ich weiß gar nicht, was das ist. Woher hast du denn noch? Also ich hab einmal Spermaspurenfinder und einmal Wichse an der Wandfinder. Das ist zwar beides dasselbe, aber hinterlässt unterschiedliche Flecken. Warte, ich hole mal gleich hier hinten das Ding mit, ne? Ja, ja. Nimm du das Ding mit. Oh. Warte. Gibt's da sonst noch irgendwas? Egal. Hier ist nix mehr. Ich hab Angst, dass das Ding hier einfach aufgeht. Jetzt rennen die allein ins Haus ein? Hat der Deutsche keine Socken an dem Urlaub? Will man ihn... Keine Ahnung. Ich wollte irgendwas noch sagen mit Handtuchklau oder so. Am Hotel, aber... Mir ist es nimmer eingefallen. Ah, Verzeihung. Ich bin hier. 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 Hast du hier schon aufgemacht? Nee. Hier kann ich nicht. Hier geht's nicht. Ja, weil das hier auch ein Bolzenschneider für... Ja gut, da wo... Wo war nochmal Bolzenschneider-Action? Katin! Brüll da rum. Ja, und dann? Ja, warte. Dann machen wir das gleich. Hier oben oder was? Wenn du mir jetzt folgst, ich rette, ich einfach die... Was denn? Ich mach doch gar nix! Niemanden darf ich hier nachlaufen. Uiuiui. Ist doch... Skandal. Ich laufe der Regen noch. Der sagt mir, wo ich die Tür aufschneiden muss. So hier. Ich sollte doch nicht nachlaufen, hat's kreisen. Was? Ja. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Einmal hoch und rechts, hat er gesagt. Ja, wir auch nicht. Fertig. Also auf jeden Fall irgendjemand, der mit EMF ausgerüstet ist. Ja, ich bin über die EMF ausgerüstet. Ja, dann komm hoch. Wo gehst du hoch? Die Treppe. Alter, die Treppe. Du meinst von dir. Alter, ich seh dich. Spur die Map zum ersten Mal. Ich hab grad Halluzinationen. Der Geist macht mich fertig. Ja. So, finish mich die ganze Zeit schon. Fertig. Hintergrundgeschichte, welche gibt's denn? Ah, hier ist Handabdruck. Hier im Lichtschalter ist Handabdruck. Gut. Ja, ja, das sieht man mal wie dir, wofür der Handabdruck zuständig ist. Handabdruck zu besiegen. Haben wir Fingerabdrücke, oder wie? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Also hier, schnickt er oder was? Äh, spricht er allein oder nicht? Kannst du sprechen? Nee, bis jetzt. Ja, ja, er spricht allein. Wir haben auch Plasma. Ja, das war ein ganz schmutziger Typ. Der hat ganz viel gewixt. Das Geisterbox wird raus und... Staffelei fällt aus. Also Handabdruck und... Lass mal Hämmer. Naja, das Staffelei fällt raus und Geisterbox fällt raus. Okay. Hallo. Jetzt geht's hier über den Stuttgescheid. I'm your friend. Ich rede. Oh. Ich seh nix. Hör auf, ich seh nix. Ist so laut. Ah. Du siehst, denkt das ist so laut? Ja. So klappt das? Hm. Ja. Ja. So klappt das? Oh, ich seh nix. Oh... Trolliwo所有 Giwo LeWoo Liwo... Ich such irgendwas um das Seil aufzuschneiden. Irgendwie... Ich bin horny! Ach nö! Mann, hör auf! Steht da Sex? Ne, da steht irgendwas anderes. Hier muss ich hin, dass die weg geht. Jo, warte. Ja, das haben wir schon. Da war ja Salz drin. Da war Salz. Ja, ja, ja. Was? Was ist die Temperatur? Das Salz liegt vor der Hauseingang zu. Werden jetzt das Seil abgemacht? Ne, war gar nicht hier. Irgendwo muss man doch das Seil. Ich würde das gerne wissen. Okay, jetzt raus. Ich weiß schon gar nicht mal, wo der geilste Raum war. Schon vergessen. Nice. Du triggerst heute die... Dieses hat Fix, das liebt ihr. Kann das sein? Bzw. nur du? Komplette Katastrophe hier. So. 75. Ich nehme nur so Fululu mit. Ja, Fululu. Ich stirb jetzt gleich. Ne, du stirbst net. Hier stirbt keiner. Niemand stirbt. Kann man da funken? Ne, kann man nicht. Man kann leider net funken. Ich hab irgendwie zu aufgedrehte Laune für so'n Horrorspiel. Ich sag's so, wie es ist. Boah, jetzt ruckelt's, aber jetzt passiert gleich was. Oder ich fliege aus der Laufwege. EMF 4. Oh, warte mal. Du, 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 du. Kann man da Licht anmachen? Mach was. Hä, ich will das da aufstellen. Was ist ja jetzt los? Oh, jetzt hab ich ihn gesehen. Schön war er. Ja, er war nackt. Ja. Aber... Der Geist war nackt. Aber wir... Aber... Der Geist war nackt. Ja. Bist du hier? Zeig ich dich. Wo bist du? Du Arschloch! Was? oc da kann sich ja also wir wissen nur es existiert aber es geht keine ahnung das war bestimmt der ivo Puzzle, Zelle, Raum, oh ja, Fotos. Warte, bleib mal stehen. Ja. Ist das noch? Gott, das ist ein Spitz. Ich geh mal mehr in den Möbel. Also was müssen wir finden? Hat der Chat aufgepasst? Das Puzzleteil, ja. Ich glaub, das ist da, wo das Seil ist. Ich hab so ne dumme Befürchtung. Irgendwie müssen wir es aufschneiden. Viereckig. Ne, das ist wie so der Aschenbecher, die Größe. Und es leuchtet. Wir haben es auch noch nicht gefunden gehabt beim ersten Mal. Bumm. Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's Puzzleteil! Das leuchtet nicht. Das war ein Bild. Ja! Ich hab gemein, das leuchtet! Wo muss ich denn jetzt hin? Weißt du, ist noch einer? Wo muss ich denn hin? In den Keller, oder? Ja. Ich weiß auch nicht. Nee, nice. Danke. Hallo, Lucifer. Schöner Name. Für so ein Spiel. Es ist Joyce's. Ich hab's. Ich hab's vorbereitet. Und das ist das jetzt? Ja, ihr könnt nehmen. Ich will nicht. Ich hab Angst. Danke. Nice. Ja, ja. Nice, nice. Das war jetzt... So war es nochmal. Gegenüber von der Kantine. Ich hab Charro-Karten gefunden. Da, ich hab sie hingeschmissen. Unter dir. Achso, da. Entschuldigung. Ich glaub, das zählt ja noch. Ich hab weggebe. ein. Und dann legen wir die Handschellen an. Tust du nicht. Du hörst gar nichts. Niemals. Was muss man jetzt eigentlich noch machen? Was muss man jetzt eigentlich noch machen? Philipp und Trismatis. OK. Gut. Aber... Oh! Ich bin tot! Ich bin gestorben! Ich weiß nicht, du hast es vorhin gehört. Was ist das vom Tod? Ja, äh, Trigger. Ich bin gestorben. Ich weiß nicht, du hast es vorhin gehört. Nein! Ich muss den mal lesen können. Ach so, da ist ein Blatt. Ach so, die Todesdinger sind kaputt. Wann mal. Wenn du sie kaputt bist, ist das bestimmt tot. Also, muss man den machen? Ich sehe nichts. Ach so, wir sind zur zweiten Tür. Ah. Da, da, da. Das ist, ähm, zwei, eins. Danke fürs Folgen. Danke. Danke, danke, danke. Vielen Dank, Damen und Herren. also normal je nachdem wie das platz liegt ist die anordnung das sind auch um 180 grad gedreht es kann auch von 10 1 uhr 13 15 uhr 15 17 17 18 uhr sei ja einmal ist die anweisung die gebrauchsanweisung unten im keller wie man das lesen muss das a der rego wie viel geld hast du muss man dann lauf ich hab noch geld ja ich hab 14.000 aber anstatt nach hause zu fahren geht er auch noch rein gott ist die scheiße da ist jetzt alles drin ne alles habe ich einmal gekauft